Eine Kampagne mit vermeintlich glücklichen Hartz-IV-Empfängern sorgt derzeit auch in Berlin für Empörung. Witzet zeigt, was wirklich dahinter steckt.Dank Hartz-IV glücklich und endlich richtig durchstarten? Großflächige Plakate hängen derzeit am Rosa-Luxemburg-Platz, am U-Bahnhof Wedding und anderen Berliner U-Bahnhöfen. In Jobcenter-Optik werben dort vermeintliche Hartz-Bizier scheinbar für Hartz-IV und sorgen so für jede Menge Empörung und Irritation in reiner Hohn. Das ist übestes Marketing auf allertiefstem Niveau, das mit dem Leben von Menschen spielt, so eine Reaktion auf Twitter.Eines der Plakat-Motive, die wie Satire wirken eine junge, lächelnde Frau, daneben steht der Satz Alleinerziehend und studieren? Easy mit Hartz-IV. Auch im Netz sorgt die Kampagne unter den Hashtags Raute Happy Hartz und Raute Du bist der Sons wert für Aufmerksamkeit und allerlei negatives Feedback. Die Kampagne will angeblich Menschen zu Wort kommen lassen, denen unser Sozialsystem Sicherheit gibt und Chancen eröffnet. Punkt Raute Du bist der Sons wert und Raute Happy Hartz sind reiner Hohn. Das ist übestes Marketing auf allertiefstem Niveau, das mit dem Leben von Menschen spielt. Punkt Die Kampagne verweist auf den überzogen wirkenden Plakaten und Beiträgen auf Facebook und auf Twitter mit dem Account at mein-jobcenter auf eine Webseite namens meinjobcenter.com. Das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit stecken jedoch nicht dahinter, auch wenn die Macher der Aktion diesen ersten Eindruck erst einmal erwecken wollen. Auch auf der meinjobcenter Webseite waren anfangs die Videostatements der vermeintlich strahlend glücklichen Hartz-IV-Empfänger zu sehen. Punkt Raute Happy Hartz Anna, 28 pendelt zwischen Uni und Kita und ist happy mit Hartz 4 Anna, 28 pendelt zwischen Uni und Kita und ist happy mit Hartz 4. Punkt Wieso, erzählt sie euch im Video. Punkt mehr Raute Happy Hartz Geschichten gibt es unter httpsd.cov9vplsflpc Du bist der Sonswert big.witter.com In einem weiteren Video erzählt der 17-jährige Azubi Timo im Blaumann mit Sätzen wie Hartz ist. Echt nen King von seinem Leben mit Hartz 4. Seine Mutter sei eine entlassene Schleckerfrau und er deswegen schon früh von Hartz 4 abhängig gewesen. Die Sozialhilfe habe ihm aber geholfen, eine Ausbildung anzufangen. Dank Hartz 4 startet Timo richtig durch. Seid ihr auch happy mit Hartz? Dann erzählt uns eure Geschichte. Dank Hartz 4 startet Timo richtig durch. Wie? Das erzählt er euch im Video. Seid ihr auch happy mit Hartz? Dann erzählt uns eure Geschichte. Gleich hier oder auf httpsd.cov9vplsflpc Du bist der Sonswert. Raute Happy Hartz big.witter.com LV1 RTX BF5 Mittlerweile gingen die Macher der Kampagne an die Öffentlichkeit. Hinter der Anti-Hartz-Aktion steckt der gemeinnützige Berliner Verein sanktionsfrei. Die Macher haben ein Video geschaltet und erklären darin, die überzogenen Geschichten der interviewten Hartz-IV-Empfänger seien nicht echt, sondern offenkundig Satire. Man wolle damit auf die Lebensbedingungen von Hartz-IV-Empfängern aufmerksam machen und aufzeigen, wie sadistisch Hartz IV ist. Hartz IV sei für viele Menschen eine Sackgasse. Wer die Arbeitslosenhilfe bezieht, komme dort oft nicht wieder hinaus. Mehr als 6 Millionen Menschen waren 2016 auf die Unterstützung angewiesen. Und waren oft gar nicht happy. Die Punktanfragen zur Aktion unbekannte werben als mein Jobcenter für Happy Hartz IV. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Dafür empfinde ich Raute Hartz IV als viel zu ernst, um damit solch ein Humor zu betreiben. Nicht lustig. Raute fake.nuss.http.sd.com Aidsfütson 409 Euro bekommt eine Single monatlich überwiesen. Das Geld ist an Bedingungen geknüpft, bei Nicht-Einhaltung drohen Sanktionen. Hinter sanktionsfrei stehen Menschen, die sich gegen die Hartz-IV-Sanktionen durch das Jobcenter einsetzen. Besonders Menschen unter 25 Jahren würden schnell und öfter sanktioniert als ältere, heißt es weiter. Die Menschen, die in den Video von ihrem Glück mit Hartz IV erzählen, seien tatsächlich Hartz-IV-Bezieher. Die Macher entschuldigen sich auch. Wenn sich Menschen von der Kampagne verarscht fühlten, das war nicht unsere Absicht und es tut uns leid. Mit Deutsche Presseagentur vom Munde abgespart. Hartz-IV-Empfänger dürfen noch spartes Vermögen nicht behalten. Immer mehr Berlinern werden Strom und Gas abgestellt.